Hallo und ja willkommen zurück. Wir müssen uns... Ei, das ist nix, nix gut, nix gut. Weniges Problem. Geld ist zu günstig, nö. Nein. Gut, aber jetzt sind mir echt zu wenig Fenster hier, ne? Ähm... Das werden sie hier aber wegnehmen. Ähm... Äh, Natur. Neue Welt, neue Welt, neue Welt... Ich brauche erst mal Pflanzen. Gibt es hier nicht irgendwie... Ähm... So wächst keine Pflanze. Das ist das Problem. So wächst halt einfach keine Pflanze. Dann müsste man das wirklich hier so ranhängen, ne? Aber dann möchte ich das eher lieber so haben. So... Wenn man das schon ein bisschen... Na? Frames hat keinen Bock mehr. Das sieht kacke aus. Wir müssen jetzt hier irgendwas hinhängen. Ähm... Tierbilder. Ja, dann nehmen wir doch einfach Tierbilder. Hier können wir von der Natur... Wenn wir hier schon mal sind. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Ah, ich hatte euch doch gerade... Inzucht, ja, ja. Mein Beileid. Muss jetzt mit Leben. Nein. Mach mir das aber auch echt kompliziert, ne? Ähm... Das ist... Efeu. Wir müssen gleich noch mal gucken. Wie wir das hier erweitern. Emu. Wegen Überbelegung. Muss jetzt hier noch mal reingucken. Emu. Ähm... Der gute Emu. 5, 5. Gut. Dann verwalten wir ihn mal. Ehmu. Ah, mein. Ei. Da haben wir ein bisschen viele drin. Überbelegung. Kommst raus. Wir haben zwei Weibchen. Also brauchen wir nur zwei Männchen. Gut. Und freilassen. Was haben wir denn noch? Oh, Indonesien. Das muss ich mir gleich mal... Wir machen erstmal einmal das Gehege fertig. Das ist hier hinten. Was haben wir jetzt hier? Hm... Was haben wir jetzt hier? Nein. Was? Gibt es da noch irgendwas? Gibt es da vielleicht... Eine Säule? So, nur Holz. Hier. Ja, doch. Wie... Na? Bleibst du bitte da? So, wir müssen das einmal drehen. Ah, spannend. Oh, warum mache ich mir das so kompliziert? Warum mache ich mir das so kompliziert? Ich habe doch Natur. Ich habe doch Steine. Ich habe doch... Weg. Ich habe doch einfach graue Steine. Einfach graue Steine. Die wir da einfach hinsetzen können. Ich weiß nicht, warum ich mir das so kompliziert mache. Naja, du bist ein bisschen dolle groß. Kann doch so keiner ins Haus reingucken. Gibt es bei der Natur? Ähm... Wie heißt das? Ähm... Roggen oder sowas? Ja, Weizen. Gibt es da irgendwie sowas in der Richtung? Müssten wir jetzt ein Erlaubart? Okay. Hm... Gibt es hier irgendwas? Ein bolliges Honiggras. Aha. An Fuß? Nee. Kornblume. Auch nicht. Jetzt gibt es nur Sonnenblumen, aber es gibt jetzt nicht irgendwie, was es jetzt hier so anpflanzen könnte, ne? Okay. Gibt es jetzt, äh... Indonesisch-Tropen-Poket? Nee. Design. Indonesien. Oh, geil. Na, guck jetzt erstmal schnell rein. Was haben wir denn alles da? Habe ich gerade ein bisschen Bock drauf. Indonesisch. Oh, krass. Geile Fetten. Oh, ihr wisst schon, was kommt als nächstes. Oha. Sehr, sehr. Oha. Das Himmelstor. Sehr cool. So ein bisschen cool. Hier indonesisch. Design. Oha. Cool ist das Ding, bitte. Danke. Eieieieiei. Ja. Sehr cool. Gibt es jetzt irgendwas? Ähm. Nee, hier gibt es nichts. Oh ja, sehr cool. Aber wir bauen jetzt erstmal das hier ganz in Ruhe weiter. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir das hier zumachen. Ohne, dass der noch überklettert. Hm, wie machen wir das am besten? Ja, ja, die... Gelände. Können wir das eventuell... Dass wir da so eine kleine Fläche haben, wo wir dich komplett draufstellen können? Würde ich da schon irgendwie gerne stehen lassen? Lass ich so... Eigentlich hatte ich... Oder können wir irgendwie... Nee. Was ist denn mit den Flusspferden los? Wahrscheinlich sind das hier die... Diebmetze. Was ist mit dir? Kommst du da wieder nicht weg? Das stimmt mit dir nicht. Platz. Kann man dich nicht in die Kiste packen? Äh... Versand fertig machen. Äh... Ja, er kommt da selbstständig wieder weg. So, wir gucken Flusspferde an. Äh... Du darfst nicht. Du darfst nicht. Wenn ihr beide dürft. Ja. Die Forschung abgeschlossen. Ja, ja. Das ist überhaupt schon eingepflegt. Kann ich es nicht sagen. Müssen wir gleich mal gucken. Hm... Da hin. So, da kann wer hingehen. Gut. Können wir jetzt noch irgendwas hier reinsetzen? Was? Sein. Asiatisch. Ja, siehst du. Nee, den habe ich ja schon. Ähm... Nein. Ich würde ja gerne... Ach, siehst du. Wir könnten ja eigentlich die Barriere... Oh, die glaube ich bloß bis hier hinziehen, oder? Dürft ja eigentlich nicht mehr da hinkommen. Ne? Na, und ab da machen wir einfach... Legen wir den Weg noch ein kleines Stück um. Jetzt möchte ich hier flache Scheiben haben. Dürft er eigentlich... Na? Eigentlich dürfte er ja nicht mehr... Wenn da so hinkommen. Kommt er hier dran vorbei? Er dürfte eigentlich nicht dahin vorbeikommen. Ah, bleiben sie hier. Na? Baalamukti? Ausglau. Ausglau. Das ist ganz knapp. Nee. Das Pinster darf... ...nicht durch die Scheibe kommen. Dann setzen wir jetzt hier noch einen rein. Und sagen... Kommen sie. Kommen sie einfach. Ich möchte doch bloß bis dahin. Nee, wir gehen... Na doch. Wir gehen so rü... Wir gucken, ob das funktioniert. Ja gut, das sieht harmonisch aus. Das sollte sogar klappen. Hier gehen wir noch ein Stück runter. Dann sollte das eigentlich gut aussehen. Wir werden sie gleich reinholen müssen. Okay. Jetzt gucken wir nochmal über die... ...Mitarbeiter rüber. ...Normale Arbeitslast. Hohe Arbeitslast. Dann machen wir das so. Verkäufer, 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 Verkäufer. Gut. Ja. Da ist schon gerade jemand dran. Wie? Welches hier wollten wir das reinholen? Ach, der Nebelpader. Stimmt. Wo bist du denn? Zack, zack. Und dann statten wir das neu aus. Nebel... Nebelpader. Nebelpader. Weg. Kriegen wir den Weg hier eventuell? Noch ein bisschen... Noch ein bisschen... Na? Na? Na, sollte ich automatisch einrasten. Nee. Boah, ey. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob die abhauen können. Was ist der Kletter? Muss ich noch reinmachen. Gras kurz und viel mehr Erde. Oh, gibt Schlimmeres. Gibt definitiv Schlimmeres. Was los? Ah, bis jetzt fühlen sie sich sauwohl. Müssen wir gleich noch was für Klettern reinhängen? Gut. Ähm... Art. Der gute Nebelpader, ne? Nee. So, Unterschubf haben wir. Geländegröße ist okay. Glätter. Du bist ja. Du bist ja. Hm... Hm... Hm-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h. Uff. was los ja brauchst nicht knurren alles wird gut auch so riesig das ist alles nicht so geil finde ich alles nicht so cool enger haben natürlicher kletterast 4 stellen wir leichter über ein paar von sind wir immer auf der sicheren seite jetzt nicht dass wir irgendwann noch rausfinden wie man andere sachen hochklettert damit komme ich aber klar gut würde sagen wir sehen uns in der nächsten folge wieder bis denn tschau